Mit fünf Jahren glauben Mädchen nicht mehr daran, dass sie Präsidentinnen, Firmenchefinnen, Wissenschaftlerinnen, große Denkerinnen werden können. Eltern googeln doppelt so oft, ist mein Sohn begabt, wie ist meine Tochter begabt. Frauen wird von klein auf beigebracht, dass Schönheit der ultimative Weg ins Glück ist. 61% der Mädchen zwischen 11 und 21 Jahren haben das Gefühl, perfekt und makellos aussehen zu müssen. Jede zweite deutsche Frau denkt darüber nach, sich einer Schönheitsoperation zu unterziehen. 65% der deutschen Frauen wären bereit, 10 IQ-Punkte abzugeben, um einen Schönheitsmakel auszubessern. Die Devise unserer Tage? Lieber schöner und dafür dümmer. Es reicht. Wir müssen aufhören, dem Schönheitsideal ansprechen zu wollen.